Ich will die Erde loswerden, lass hau ab. Ist jetzt wieder gedacht, ich wär zu doof, um irgendwas richtig zu machen, ne? Aha, das ist ja so ein bisschen... Mann, wieso geht dieser Eis-Mod hier nicht? Wollte Koppel haben. Wollte es auf einmal ablegen. Das Koppel. Ja, ist Koppel. Super, danke lieber der Erde, danke. 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 Da hinten, da hinten. Da hinten an der Kiste liegt, da. Ja super, hab ich trotzdem eher darauf genommen. Hey. Ähm, was jetzt passiert? Ja, ich sortiert es jetzt nur alles ein und dann nehm ich den wieder mit. Hm, naja, ich brauch Koppel. Kann ich das hier schon mal fertig bauen? Kannst schon mal sehen, wie viel... Ne, ich glaub alles hier unten aus dem... Ähm... Der Wolle machen wir jetzt nicht, weil... Ich wollte hier eigentlich so ne Art Lager auch reinbauen, so ein kleines... hier unten. Oder man baut hier so einen Aufenthaltsraum rein, das wär auch was. Wo ist es nicht? Habe ich keine Ahnung. Einfach nur ein großer, leerer Raum. Äh... So. Das Holz brauchen wir. Ah, ich hab ja... So. Wo ist Koppel? Hast du... Warum stellst du dir jetzt das Schilder auf? Weil ich das so mag. Jetzt kommt das sowieso alles wieder mit. Ja, aber dann wissen wir wenigstens jetzt wo was drin ist und klotzen nicht 500 mal rein. Ich mag das nicht. So, dann wird hier die Wolle noch verlegt hier. Du du. Mann, wieso geht denn dieser scheiß Inventarmod nicht? Keine Ahnung, hast du noch rausgekommen? Weil jetzt geht da... Ne, wenn man Steuerung umschalt gleichzeitig drückt, dann legt da alles, also alle Erde soll er dann ablegen. Oder eben das, was man machen will, aber das macht er nicht. Aber das nervt. Das ist nervig, das ist... Das ist assi. Das ist so schlimm wie Assi-TV, ey. So, und dann müssen wir hier... Die ist auch schon wieder durch, ja, die Musik hier. Genau. Ich mach mir jetzt erst mal Kisten, ey. So. Das war jetzt auch die Erde hier. Das kann ich ein bisschen von dir nehmen. Den hier verlegen. Ach ja, da muss ja auch nichts hin. Das geht ja so. So, und da muss auch nichts hin, aber hier muss dann... Also mach ich das so, dann kann ich das wegmachen und dann... So. Ich muss da nur noch rein, so. Immer ist es so. Und hier ist es dann so. Gut. Oder schlecht, keine Ahnung. Dann kann ich noch ein bisschen Treppe verlegen hier. So. Und dann... Ich hab ja hier nichts auch. Ich hab ja noch... gleich ein Holzbretter. Warum muss ich die dabei? Mach ich's mal mit Wolle. So, also... So. Oh nee, das Dessal brauche ich ja nicht. Ah, ist ja egal. So. Und hier kommt dann Wolle hin. Die nächste Etage. Und dann ist das gut. Gut. Jetzt brauche ich erstmal wieder hier einen Ausgang. Ich mach mir hier total viele Ausgänge in die Wand. Das liegt hier immer noch rum, ne? Was? Die Erde liegt hier immer noch rum. Nee, das ist schon wieder andere. Achso. Ich hab schon gedacht. Den Sandstein kannst du mal... Drei. 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 Nur ausprobieren. Keine Lust mehr. Ja du mit deiner Sortiererei jetzt. Ja, aber dann ist wenigstens alles mal ordentlich und wir rennen nicht immer rum und gucken in alle 500 Kisten rein und fragen uns was drin ist. Schon gut, aber naja. So, dann mache ich hier noch eine Höhe. Jetzt funktioniert der Scheiß-Mod. Jetzt legt da alles rüber was Erde ist. Und ich muss wieder die Musik umschalten. Mann, was wir hier schon wieder aufnehmen heute. Das ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn hier sogar die Musik schon alle wird bei mir. Bei mir nicht. Ich habe ja mehr Musik wieder. Bei mir wird es auch nicht weniger. Mist. Oh ja, das Lied muss jetzt sein. Natürlich ist kein Greenstone dabei. Da muss ich mal nachgucken. Okay. Musik, wenn man die längere Zeit anhört, nervt die dann irgendwann. Musik, wenn man die Lied ist. Nee. Falsch. Da hin, da nicht. Da hin, da hin. Da hin, da hin. Da hin, da hin. Da hin. Erde 5. Wir haben schon 5 Erdekisten. Oha. Erde 6. Im Chalice. Ja. Der noch. So, das war's. Och, Klinis. Irgendwann habe ich alle Namen von den Streinen durch. Die blöde Inventory-Mod, wenn jetzt... Alter, Mann. Hm. Ach, die habe ich gebaut. jetzt kommt hier eigentlich noch was drüber nachher deswegen bräuchte noch das weiß ich mich verbaut deswegen brauche ich hier noch das kann doch da weg so eine doppel dieses ding muss bleiben ja dieses muss stehe ich jetzt nicht komm ich eine mehr hoch ist das ja ist aber gleich ja gut dann ist ja egal so ach nee das sieht ja sowieso kein mensch ah jetzt habe ich den koppel weggetan kannst du mir mal was in den tag legen ich weiß nicht bist du ob nee du hast mir schon mal was reingelegt wie viel brauchst du denn ja leg mir mal so zwei Stacks oder so das reicht erst mal nee du bist ob hier hast mir doch schon mal was reingelegt verstehe ich nicht ich verstehe das nicht jetzt geht's dann geh ich verstehe es aber trotzdem nicht hier weil hä warum sind es da zwei man sieht es sowieso nicht weil hier sowieso dann so ist aber komisch okay das wäre jetzt schon dieser gang jetzt habe ich beide gänge schon so jetzt muss ich die mitte also das ist die mitte den müsste ich jetzt mal aufreißen nee das kommt das löse ich erst mal ich denke mal sollen wir jetzt mal eine aufnahmepause machen was hast du da gemacht keine ahnung ja ich glaube wir machen jetzt mal eine aufnahmepause für wie lang ja erst mal boah wie viel erde sind denn das hier erde 6 erde 6 und erde 5 fängt gerade an erde 7 meinst du nicht nee erde naja doch boah 7 erde Kissen boah und ich habe hier noch einen Stack hier ist doch bestimmt nochmal ja natürlich ist es hier noch super also das kleine Lager müsste schon riesig sein ja da müsste schon riesig sein da Sandstein so Pflasterstein Kies natürlich die nächste Reihe mache ich für Pflasterstein ja dann arbeiten wir uns immer so weiter nach vorne und irgendwann haben wir dann so die riesige Kistenwelle dahinten ähm hier ist Kies und Stone naja ich mach das hier ist eine Sammelsurium Kiste ich tue mal den Stein rein die Schere die Peter das Leder die Eisspitzwelle lassen wir mal hier das Rezo brauche ich jetzt eigentlich dieses Fichtenholz Leute Leute ich habe mir im Leiden immer einen Baum um und verbrauche ich das gute Fichtenholz das bauen wir noch ja das bauen wir noch die Eichenholz die Sandstein ich mach jetzt mal mit Inventalen vom Anjägern das brauche ich noch alles brauchen wir wieder Sand ne mhm weißt du ich muss keine mehr machen hier ist das leer ich mache ja auch gar nicht so viel ich muss jetzt so abbauen weil ich habe keine oder warte mal hab ich halt jetzt vier mach hier nochmal eine hin hab ich halt vier verplant Schild das geht nicht gut dann baue ich auf die Seite eine 1 2 3 4 ja 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 ich kann jetzt auch nicht so 7 und Erde 8 äh 8 die kriegen wir noch voll die kriegen wir noch voll ja 1 2 3 ne die kriegen wir nicht mehr voll wir haben alles eigentlich mit Erde nein doch 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 wir kriegen sie noch voll doch doch auf jeden Fall so nebendran für da passt aber nichts hin du natürlich passt hier nebendran was hin äh ja dann guck mal mach da willst du hinbauen da steht jetzt was drauf da kommt ein Pflasterstein rein hab ich sogar schon du machst es so also dann ist mal die hier rein weiter das ist Sand ne Erde dann die nächste Reihe Koppel ok Mann dieser blöde Inventarmord der taugt nix der ist Käse ich hab hier noch Koppel jetzt gehts ok ne und Stone das lassen wir einfach mal hier vorne in der Kiste drin ne hier ja ja den Kies tu ich mal hier rein ich mach das schon kümmere dich da noch an den Matten ähm Pflasterstein ach was mach ich denn ich muss zuerst mal ein Pfeil also solange wie du da noch machst kann ich noch ein bisschen letzter unterliegen 1 2 3 4 super da komm ich ja gar nicht mehr hoch das mach ich ja eigentlich gerade egal achja naja so war das genau Pflasterstein 1 Pflasterstein 2 perfekt so war das hier kann man sowieso nicht lang laufen weil hier ist alles äh nur ein hoch deswegen ist es ja egal ob hier das niedriger ist mh so bub bub so hier das lass ich hab ich schon ah das hab ich ja schon alles verlegt haaa hab ich ja schon alles verlegt ich mach hier einfach mal jetzt zu einfach man einfach zu mach ich jetzt einfach mal hier nur diesen Raum hier machen wir ne den muss sowieso aus was anderes gut wir brauchen dann doch keinen Sand mehr das reicht das wird ja sowieso nicht ich muss jetzt eigentlich nix mehr aus Sand bauen und wenn dann nur noch aus mit holst äh mit Stufen so wie war das hier ich glaub das hab ich hier so in der Mitte gemacht oder oder nee warte mach das nie in der Mitte so dann ist hier die ja so und weiter weiß ich nicht ich glaub dann hier irgendwo die Leitern Leitung nach oben ich glaub ich würde die doch lieber hier hin verfrachten ne da müsste die ich weiß nicht jetzt fall ich auch noch hier runter ja okay Pflasterstein wäre aufgeräumt dann machen wir hier mal Pflasterstein so und in die nächste Reihe kommen dann der Kies dafür reicht ja erstmal ne Malekiste naja ähm da komm ich jetzt da rüber so aua aber essen und spüsi und dann machen wir mal jetzt mal Schluss ne FFFFFF wie mir aus Ja du musst ja eh du entscheiden jetzt diese blöde den geh ja nicht mal rum geht das eigentlich noch? ja man kann immer noch weiter kombinieren das ist ja schön ja kann man auch nicht mehr hoch das mach ich auch noch mal weg das lassen wir erstmal schon lang hier der weg und da noch hier das ist ja alles erstmal nur so lang bis wir einen anderen platz haben ja ja aber sieben kisten sieben voller kisten erde das ist krank normal normal hier haue ich mal den stein rein voll normal weißt du wir haben so viel dinge da kann ich das hier mal zumachen wir haben hier so viel eisen noch wir haben so viel ja da kann ich das hier doch mal zumachen jetzt hab ich nicht viel mit so warum haben wir hier gold das räum ich mal weg das räum ich mal alles zum spawn was wir hier nicht brauchen die schwerter weg schaufelachs kann bleiben schere du kannst wieder erstmal nee lass mal lass es mal sandstein was sollen die samen hier nun staub gras kaktus knochenmehl brauchen wir hier eigentlich auch nicht Leder brauchen wir Leder nö erstmal nicht dann weg Werkbank und mal hier bleiben ja lass uns jetzt einfach mal so ich hab doch jetzt doch gerade eben zwei Erde gesehen da unten so zack da ein Feuerzeug brauchen wir nicht so Schilder hier wieder rein ja gut dann machen wir jetzt mal Schluss ja machen wir gleich hier jetzt ja dann halt jetzt also dann was machst du ich komm doch schnell das Zeug weg du kannst auch nicht aufhören oder? nein will nicht ich hab grad Spaß dran ja dann hören wir mal hier auf ne so schnell da rein ja in dieser Ecke was niederzeug das ist interessant jetzt mir beim Sortieren zuzuschauen und deswegen mache ich das ja auch ja kannst du ja einfach lassen du kannst ja mal so schnell noch erzählen was du noch so machen willst was will ich noch so machen zwei Etagen drauf bauen das war's ja was noch ja noch eine Etage da hast du Leder drin wie war das unter dem Keller irgendwann vielleicht mal nochmal tiefer bauen und dann da ähm alle Farben und so reinbauen die es gibt außer Monsterfalle die haben wir ja sonst alles da nochmal ja wo kommt man bei dir niederzeugen ganz hinten in die letzte Kiste unten äh links hab ich noch kein Schild dran perfekt so la 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 machen wir hier nochmal und schnell ganz schnell machen wir das was ich mich ja auskennen würde Pflanzen aber hier kommt Samen rein Gras wieso hab ich Gras im Inventar was sollen noch scheiß Kaktus Zuckerrohr die Blumen hier können wir mal mitnehmen die brauchen wir bestimmt nein brauchen wir nicht wir brauchen nur eine wenn überhaupt äh doch für die ganzen Blumentöpfe ja für die Blumentöpfe ja dann ja gut okay dann brauchen wir sehr viele aber die züchten wir uns warte mal ich will mal wissen ob der noch funktioniert bevor wir jetzt schluss machen so die Schwerter habe ich dir wieder hier reingeräumt ja ich habe jetzt die Musik ausgemacht ne damit nichts neues anfängt und ist da noch Gras ist da noch Gras ist da noch Gras ja hier ist noch Gras gut dann können wir hier unten und ähm Blumenfarm ja genau gut alles klar was habe ich noch so in der Enderchest Gold und Eisen das lass ich mal da bis auf das Gold das braucht kein Mensch da so Moment bin gleich soweit Kiste Spezial da kommt dann der Lohnstaub rein und das Zucker äh 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 Knochenmehl können wir da rein machen gut dann sieht man wenigstens die Knöpfe wieder ja gut dann jetzt aber mal wirklich schluss machen ja die Ziegelstein muss ich dann noch wegräumen aber das machen wir dann beim nächsten Mal ja okay dann bis äh zur nächsten Folge Tschüss Tschau so Data 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 Vielen Dank.